Hallo, ich bin der Vary und ich mache heute wieder eine Kameraernte, eine Wildkameraernte sozusagen. Die Aufnahmen einholen und wenn dich das interessiert, komm einfach mit. Die Aufnahmen einholen und die Aufnahmen einholen. Die Aufnahmen einholen und die Aufnahmen einholen. Die Aufnahmen einholen und das Gleiche auf REMot Hypnoten reinsteigen. Die Aufnahmen einholen und das Gleiche auf-maum! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gerade auf dem Weg zu meiner neuesten, die K&F Concept, eine Minikamera, also so Halbminikamera. Die ist so ein Zwischending aus Minikamera und normaler Größe. Oh, viele Spuren. Hier bin ich jetzt fertig. Jetzt geht es zur nächsten Kamera. Die hängt hier gleich in der Nähe. Oh, der DAX war auch schön sauber. Das dauert gar nicht so lange, da hinzukommen. Ich sehe dich. Ich habe doch gerade blablabla. Ach so, ich wundere mich gerade, was ist das hier? Das dauert gar nicht so lange, da hinzukommen. Ja. Das dauert gar nicht so lange, da hinzukommen. Formatieren. Das ist hier eher so Unterholzgebiet. Die Sichtweise der Kamera, das ist der Blickwinkel. Da ist es mal ganz interessant zu sehen, was die Tiere hier in dem Unterholz machen. Das dauert gar nicht so lange, da hinzukommen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier vorbei an dem Dachsbau, an dem alten Hier Ja, waren nicht so viele Aufnahmen drauf. 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 Ja, waren nicht so viele Aufnahmen drauf.